Und willkommen hier wieder zum Finale der U-Bahnleiche. Was sagt man dazu, jedoch? So. Scheiße, Krinas. Ich dachte, um die hätten sie sich gekümmert. Ach, hier unten aus der Ecke. Puh, jetzt lässt du den U-Bahn aus der Hütte da raus, ne? Ja, das mach ich. Die Gearlampen lässt sich noch nicht mal aus der Hütte da raus. Naja. Doch, mir voll den Arsch, Richard. Ehrlich? Öh, warum auch? Ich glaubte mir jetzt, dass wir die auf Schwerheiten spielen sollen. Nein. Genau. Warnung! Feinde nähern sich ihrer... Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Wir haben sonst niemanden vor Ort. Das sind des Klingas. Und ich bin am Arsch. Ja, komm, Fahrstuhl öffne dich. Komm. Oh, das ist der Dicke. Wir kommen direkt in der Klassflasche her. Jetzt. Was ist der Dicke? Das kommt der Dicke. Was ist der Dicke? Das Fluch, das Ding. Verdammt. Boah, es ist halt relativ einfach, wenn man den Fumbo runterkommt. Ja. Und eben ein alt übersichtlicher Künstler. Das reicht fürs Erste. Timmy, kommst du? Ja. Okay, los geht's. Türen schließen. Oh ist die Pf 따�ling? Wow, toll, jetzt bin ich außerhalb, wo ich drin stand. Du stehst bei mir drin. Ich bin bei mir draußen. Jetzt stößt dich da unten. Toll, stül. Tüüüüüüüüüü. Vor allem beide fast im Behandkur. Ich stand auch drin und auf einmal kriegst die Tür stehst du draußen. Ja, die nächste Abteilung, die ist halt erst über 18, da kann Jürgen noch nicht verhängen. Der kann sich ja gleich hoch teleportieren, wollte ich gerade sagen. Zu gut, zu gut. Ich fahre nur nicht ganz vor. Oh, allein in Zubis. Wir sprechen uns, wenn sie wieder hier sind. Ja, es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Wenn es lädt, dann muss ich warten. So, dann machen wir noch ein paar Nebenmissionen, würde ich sagen. Da haben wir noch eine. Lädd. Der hat den Arsch auf. Warten wir nur noch auf Jörg, bis er hier oben ist. Das ist lädt. Hast du auch eine Leertaste gedruckt? Nein, habe ich natürlich nicht. Ich tue bloß so. Ich mache schon mal derselbe Leiterpakt, wie du von uns hattest, bloß nicht. Kann sein, das dauert ein bisschen. Der Schuss durch leichte Waffen. Unter Beschuss. Schündere haben uns im Visier. JTF, hört ihr uns? Bitte kommt. Signalverfolgung. Analyse beendet. Wollen wir nicht mal jetzt Rainbow spielen? Ich glaube, das klappt nicht. Hehehe. Tisch. Das werden die Büsse. Oh, Slock-ляются beleuen. Komm, schon eine Gegemarzade. Komm, verdammt. Oh Mann, was ist das? Oh, das geht noch im Sack, das lauten. Stattet ihr das Spiel neu. Ja, starte du mal in der Zeit neu. Wir helfen in Zukunft nicht mehr so schnell. Warnung! Feindkraft in Ehren sich! Warnung! Feindkraft in Ehren sich! Loll, wie du fast alles erledigt hast. Ja, nein, dann hat er noch. Ziel ist sicher! Keine Gegner mehr entdeckt! Yo, Level Up! Level 8! Boah! Tötet ihn, der hat vorgelevelt. Ach ja! So! Dann... Ah, ich müsste gleich da sein. Ja, Jörg zeigt da schon an. So! So! Und dann... ... ... ... ... Für sich wundsögen. Voll die Tuse. Warten. Fällt's noch gar nicht. Ja, das ist die Nachbarstraße hier vorne. Nein, ich wollte Treppensteigen. Hab ich gehört, das nimmt ab. Toll, ich spawne wieder hier unten. Ja... Aber kannst du jetzt hoch mit dem Fahrstögen? Die sind 2. Scheiße, gelaufen. Mal gucken, ob jetzt das Hochtelepotium klappt oder ob das Spiel nichts sagt. Äh, das nicht mag. Ist hier irgendwo ein Einsatzbericht? Ja, da. Telefon. Da ist ein Telefon. Warum die Verspätung? Tut mir leid. Ich hatte Probleme und musste einen Umweg machen. Und was hast du mitgebracht? Ich... Ich hab nichts. Das waren zu viele, man. Ich muss da drauf. Ich... Hältst du das hier für einen Wohltätigkeitsbazar? Glaubst du, wir riskieren unseren Arsch, damit du Schutz und kostenlose Mahlzeiten kriegst? Nein, nein. Tut mir leid. Also reiß dich durch. Jetzt muss man auch feststellen, wie es ist von draußen reinzuschauen. Wir haben keinen Platz für Totenballast. Das ist die letzte Warnung. Warnung. Feindpräsenz entdeckt. Oh, ich hab kaum was gemacht und nicht so viel Loot. Ist der Wahnsinn. Ja, so bin ich zu dir. Ja, ist nett von dir. Find ich aber auch komisch. Ich war nicht da, bin jetzt schon Level 8 und ihr seid noch zum Teil Level 7. Zivilisten sind in Sicherheit. Nachts. So. Das haben wir auch. Hängen wir noch eine Nebenmission ran. Hier ist auch direkt eine. Ach 10. Nachschublieferung Penn-Brava. Stück die Straße runter. Agent, wir müssen eine Nachschublieferung sichern. Gemeinsam schaffen wir das. Aber ich bin ehrlich froh, dass du da draußen bist und nicht dich. Denk dran. Du bist was besonderes. Die meisten Menschen, die mit so vielen schwer bewaffneten Gegnern konfrontiert werden, würden das nicht überleben. Ich übermittel die Koordinaten. Wir müssen einmal ums Haus rum. Ja. Einmal auf die andere Seite. Einmal in den schönen Spielplatz hier. der leider keinen Sand hat oder so. So. Nachschub? Was ist denn hier alles drin? Wir müssen einfach verteidigen. Ja, das weiß ich. Funkgeräte? Ja. Brauchen wir das. Kann gut schießen. Warnung. Eintreffende Gegner. Kaput! 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 warnung eintreffende gegner die andere seite es ist aber auch so schneestürmisch hier gut ja das auf jeden fall aber wenn du kaum noch was siehst ist das extrem beschissen ja geil zwar ist es aber wenn du einen sniper irgendwo so hast warnung eintreffende gegner warnung waare wird beschossen wir werden gar nichts beschossen wenn es keiner saßt warnung eintreffende gegner einmal wieder auf die andere seite warnung 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 ach der jörg applaudiert für den wunderbaren einsatz steht unten drinnen jetzt trainiert er oh mein gott ja das war's mit der the division folge wenn ihr weitere folgen sind lasst ein däumchen da ich bedanke mich bei dem jörg und wer sich als helf fürs bezocken wir sind raus bis bis families s Buschigl raus